Das Kult-Auswandererpaar Manu und Conny Reimann sorgt für Verwirrung. Während Manu alleine nach Dallas reist, bleibt Conny auf Hawaii zurück. Hat sich das Paar getrennt? Manuela Reimann verlässt Hawaii. Auf Hawaii steht ein trauriger Abschied an. Manu Reimann, 54, verlässt den US-Bundesstaat. Ohne Conny, 67. Hat sich das Kult-Auswanderpaar getrennt? Aloha! Meine Reise geht los. Ich freue mich auf alles, was da kommt. Frohlockt die zweifache Mama und vierfache Oma in einem Instagram-Video. Für die 54-Jährige geht es nach Dallas. Doch von Ehemann Conny fehlt jede Spur. Sorge bei den Fans. Ganz alleine? Ohne Conny? Die User sind verwirrt. Ganz alleine? Ohne Conny? fragt einer. Ein anderer kommentiert. Ui! Ohne Conny unterwegs? Der nächste Clip enthüllt den Reisegrund. Manu stattet ihren Enkelkindern Kealan und Oliver einen Besuch ab. Offenbar allein. Die beiden Jungs sind die Kinder von Manus Sohn Jason, der Anfang 2022 die Trennung von Ehefrau Hunter bekannt gab. Gut möglich also, dass sie ihren Sohn nun mit den Kids unter die Arme greift. Für Manu Reimann ist es besser, Zeit mit ihren Enkeln zu verbringen. Auch in diesem Video fehlt von Conny jede Spur. Kealan und Oliver scheinen also auf ihren Opa verzichten zu müssen. Doch mit Oma haben die beiden offensichtlich Riesenspaß. Das sieht auch Manu so, die den Clip mit ihren Enkeln mit Jack Johnsons Better Together unterlegt. Den Fans geht das Herz auf. Oma Time. Wie schön. Was braucht das Herz mehr? Habt eine schöne Zeit. Wie lange Manu ohne ihren Conny unterwegs sein wird und warum der 67-Jährige allein zu Hause in Hawaii geblieben ist. Enthüllt die Auswanderin nicht. Vielleicht erfahren wir die Details in der kommenden Willkommen bei den Reimanns Staffel im November. Bis zum nächsten Mal.